Oh, ist das ein Aal? Oh, wie süß. Das ist kein Aal. Diese Fische gibt es übrigens auch in echt. Toll. Ich will die gestorben. Mir müllte ich nur ein Inventar zu. Was haben wir denn da? Ja, die Bomben nehme ich mit. Der Rest ist nutzlos. Oh, hat jemand noch nicht 400 Leben? Ich habe noch... Noch vier weitere von diesen Kristallen. Falls irgendwer noch keine 400 Leben hat. Die Weakull-Posts. Ach nee, brauchen wir auch nicht mehr. Das hat jeder von uns 400. Perfekt. Du lässt da einfach Geld drin liegen? Ja. Oh kein Mensch. Ich brauche Geld. Oh Mann, ja, ich kann das nicht. Ich muss immer alles mitnehmen. Ich kann mit dem Geld im Moment eh nichts anfangen. Oh, Leute, hier sind schon wieder diese Explosionen. Ja, komm mal runter. Ja, komm mal runter. Ja, komm mal runter. Komm mal runter. Boah, toll. Wir haben uns gezankt um die Dinger, ja. Und jetzt... Hey, dann gehen wir... Shit. Das heißt, wir zankt. Der Loot wurde ja eh immer aufgeteilt. Nein, mein Dude. Hier war ich schon mal. Ja, das heißt ja nicht, dass hier nicht das andere Zeug wie das... Hier war ich schon mal. Ich muss. Heil dich mal besser. Ja, hier unten war ich auch gerade. Auch bei mir ist alles okay. Kann sein, dass du gleich irgendwo einfach mal sieben Gold findest. Sieben Gold! Gold! Hier ist auch wieder sowas Grünes. Ja, soll ich angeblich ja abbauen können, aber wie Sie sehen, geht es nicht. Ich hab gerade sowas Grünes geholt. Hier ist auch wieder nur so eine dumme Höhle, ne? Ich mag das nicht. Ich hab das... Lass mich raus, hier! Ich weiß nicht, was Sie mit dem Spiel gemacht haben, aber es ist nicht mehr so, wie es früher war. Also, hier im Dschungel hast du wirklich... So Unmengen an... Ja! ...von jeglichem Erz gefunden. Ja! Naja, vielleicht gibt es jetzt andere Locations, ne? Frisch hier, was ist denn los mit der? Oh! Ich hab jetzt nen Dreizack. Einen Dreizack? Amethyst? Oh! Aber der Boss ist hier, oder? Pascal? Auch? Ja! Perfekt! Weißt du, ob der vergiften kann? Nein, kann er nicht. Perfekt! Aber wenn du den jetzt spawns, wünsch ich euch drei und viel Spaß. Ich geh jetzt woanders nach dem Titanium gucken. Ne, ne, ich würd nur sagen, falls ich den finde, dass wir vielleicht den machen dann, weil ich mag den Boss jetzt. Oh, hier! Oh, Rikalko! Jawoll! Hacken, 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 hacken. Oh, ich liebe es, über Wasser laufen zu können, ne? Du solltest aber bei den anderen beiden bleiben, Marcel. Du kannst das Titanium ja nicht abmauen. Ja, das ist richtig. Ich kann nicht mehr sagen, ich meine, ich würde die hinterherlaufen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ne, ich guck jetzt. Kommst du da mit mir runter? Hm, wohin denn? Wir runter zum... Die anderen Töne? Ganz früher hatten wir das ja noch, Marcel, mit dem roten Erd. Das kam ja in Unmengen wieder in der Hölle vor, ne? Ja, ja. Nein, oh, falscher Knopf. War fast in der Hölle, jetzt baute ich mich zurück. Wir müssen eh die Bosse, also so wie den Wurm gerade eben, müssen wir eigentlich Unmengen töten für das beste Gear, was wir uns im Moment machen können. Was ich gerne hätte, wäre noch, ähm, wenn ich, ähm, ich würde gerne noch, ich glaube, ich werde auch gleich was machen, aber werde ich gleich Drachen farmen. Ja, indem ich hier diese, keine Ahnung, gefühlt 60-baren Kobalt, das ich gefunden habe, abbauere. Ach, guckt mal, direkt in unserer Bahn, nach unserer Seilstrecke. Was ist denn? Ich hab hier, ähm, ja, okay, wir hätten einfach nur das Loch runterspringen müssen. Und wenn wir irgendwann auf der linken Seite direkt ein dickes Urikalkum vorkommen. Und was, wir haben jetzt umso geschwungen wie beide. Ja, noch weiter unten, Lava-Höhe. Ich seh auch, ich seh auch Titanium. Äh, verdächtiges Auge, Nacht-Eulentrank, die Nachtsicht. Marcel magst du zu mir kommen, mit mir hier hinten suchen? Äh, wie gesagt, ich glaube, ich geh gleich in den Himmel. Weil, äh, du bist stark genug, allein zu bleiben. Okay, hier ist, okay, scheiß auf den Dschungel. Hier, wo ich jetzt gerade bin, ist anscheinend das neue, äh, Gebiet, um viele Erze zu kriegen. Direkt über der Hölle. Na ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja auch gleich Glück. Macht eigentlich, bitte, was Slotty oder so? Hm? Oh. Load die Pistole? Welche Pistole? Die Slamegun. Nö, die kann gar nichts. Oh, Drachen. Kommt und nimmt mich. Start von hinten. Boah, hab ich FPS-Drops hier gerade, what the fuck? Ja, ich aber auch. Da bist du nicht alleine, warum auch immer. Ich will gerade an drei verschiedenen Orten, sonst. Oh, ja. Hm, 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 da liegt sieben Gold, ne? Ja. Ach ja, mein Geld hätte ich wegpacken können, bevor ich in die Hölle gehe. Hm, ich hab noch zehn Gold. Scheiß auf die zehn Gold. Ja, bei mir auch. Wir haben eigentlich genug Gold. Ähm, hab ich noch einen Trank dabei? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, 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 boah, wir sind ja nahezu super. Okay. Pass auf, pass auf. Boah, hab ich gerade nicht FPS-Drops. Ob der FPS. Ja, von oben schießen, irgendjemand. Ja. Oh Gott, du lebst ja immer noch. Hörb jetzt. Ja, es waren zwischenzeitlich dann noch zwei. Boah, FPS-Plieb. Boah, war richtig hart gerade. Oh, die. Oh, ich müde mich mal. Oh, oh, oh. Staubsauger-Income. Oh, warte, der muss sterben. Okay. Was ist das? Yay, Center-Clause ist wieder da. Das ist das Grüne, was wir nicht abbauen können. Ich wills haben. Es gehört mir. Nur mir. Oder auch nicht. Ja, hier unten ist wieder was. Weil ich mach mal irgendeinen Weg hier unten frei, dann kann das Wasser ablaufen. Aua, 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 aua. Ne, da ist wieder diese komische Welt hier. Ne, das ist Granit, ja. Wir haben schon eine Aufnung gemacht. Tja, direkt zerstört. Hier ist etwas Schönes. Ja, da kann ich schon nichts für. Beschuldigt beim Spiel. Hättest du es ja netter sagen können. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, dass deine... Ne, zu spät. Ne, aber... Achso, okay, okay. Du brauchst mir gar nicht so zu kommen. Jo. Ich hab nur noch elf Fackeln. Also wenn du nochmal irgendwie was hast. Ja, ich hab noch einige. Wo ist das denn? Ach, das ist Kobalt, ne? Jawohl. Immerhin. Shit. Na, Spinni, was hast du denn da? Ja, so eine Spinne unten. Ah, Spinni, viel Spaß beim Wasser. Ach du meine Güte, geht das weiter runter, ey. Ja, dann gehen wir da runter. Hier ist ein ganz anderes Gebiet, ne? Da unten ist ein Händler. Ne, ich wollte da nicht hoch. Ach, oder auch nicht. Okay. Ja, was hast du denn hier? Geschäft. Ähm, machen wir Sachen zu verkaufen? Ich weiß nicht, Engelstatue, hier. Den brauch ich auf jeden Fall nicht. Den können wir verkaufen. Den Bumerang will eh keinen haben, ne? Mhm. Nee, das ist echt so. Nee, das ist echt mehr Tunkstenbarren brauchen wir nicht. Die Wurfmesser brauchen wir nicht. Und so weiter und so fort. Oh, warte, bleib gleich mal eben hier. Ja, dann mach ich nämlich die Bank einmal auf. Dann können wir auch gleich mal eben unser Geld sichern. Aue, was bist du denn? Du tust ja weh. Ah, ich finde vielleicht sehr viele Sachen, aber das ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich die verkaufe. Aber wen juckt's? Ja, ich hab aber auch total viel einfach, wo ich sage, gut, das würde eh nur in irgendeiner Truhe ummodern. Also wenn ihr irgendwelche Blöcke habt, ne, die könnt ihr auch einfach wegschmeißen. Also wir brauchen nicht jeden einzelnen Block zum Bauen. Ja, eben Hornissenstacheln und all so'n Kram halt. Das ist... Ja, wobei Hornissenstacheln weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen. Ja, aber wir sind so'n so noch so lange hier unten. Ja, deswegen, geh einfach mal auf das Sparschwein, da kannst du auch noch total viel lagern. Ja, ja, ich tu da auf jeden Fall mein Gold rein. Zack, zack. Und, äh, ja, Rest ist eigentlich egal. Aber ich sag's noch. Ich mein, Granitbo... Oh, ich hab 57. Oh, hey, Kalkum. Das kann da jetzt rein. Ja, oder ist doch nicht verkehrt. Wo ist denn eigentlich meins? Hat sich dafür nicht irgendwas abgebaut? Hat Sandra dann wahrscheinlich aufgehoben, wenn sie zurücknehmen? Ja, vermutlich hab ich erst dann begonnen. Kann sein, weil ich voll war, ne? Was hat er denn? Da hat er ein blaues Gegengewicht. Format, C, Nahkampf, Pfeffer, Schwacher, 20 Gold, Wurzel. So, ja, dann. Nimmst du eigentlich noch auf, oder? Äh, was, ja, wir sind die ganze Zeit noch dabei. Okay, ne, ich wollte nur nachfragen. Ja. Äh, wir sind in dem Sinne online. Also, irgendwie ist das echt komisch. Gerade eben hab ich hier wieder Unmengen an Erz gefunden. Und jetzt ist hier auf einmal wieder gar nichts. Lass du schon wieder von mir weg? Äh, ich wollte nur gucken, wo Erz ist. Und ich glaub, hier ist Kobalt. Oder ist Honig. Waren wir hier nicht schon? Hm, laut unserer Karte? Nee, noch nicht. Nein. Kann es zwei von diesen Bienen geben? Bienenstöcke nicht, eigentlich. Aber hier ist definitiv Honig. Ja, kann ja sein. Also ich hatte auch Honig schon in der Höhle gefunden, bevor ich an dem Bienending war. Okay, mein Gott. Oh, das ist voll schön. Ja, pass auf, da ist aber Wasser dahinter, warte eben. Oder, ne, im Bauabfall fließt er runter. Nö, ich fließt er drüben. Das heißt, du willst uns hier fluten oder so? Nö, so viel ist nicht. Aber die Saphiren nehm ich doch gerne noch mit. Ja, warum nicht, ne? Bei Vierchen ist immer gut. Das kommt ja oben nicht hoch wegen dir, oder was? Achso, Fledermose, ja. Wie ist das noch? Jetzt hab ich ne Taschenuhr? Ne, Taucheruhr. Das ist ne Pflanze denn, ne? Ja, die werden wir, glaub ich, eher nicht anfassen. Ich glaub, es ist tatsächlich so, dass... Also die FPS-Drops kommen wahrscheinlich wirklich dadurch, dass wir an unterschiedlichen Orten sind. Weil halt überall die Monsters spawnen und so. Ja gut, das hatten wir vorher auch. Ja, aber gut, jetzt im Hard-Mod gibt's wesentlich mehr Viecher. Ich hab ein zweites Bienennest gefunden. Ernsthaft? Ja. Und das hat auch dieses Glas, was man kaputt machen kann. Ja dann. Ist ja kein Hard-Mod-Boss. Die alten Bosse werden nicht stärker. Ja, den machen wir trotzdem nicht zusammen, oder? Also nicht zu zweit. Könnt ihr. Ja, was denn? Ich hab doch mal kein Problem mit Maranda. Ist doch nur ne Biene.